90 Ah, da ist er Ach, das ist doch schon wieder der Oh, scheiße Ach, das ist doch schon wieder der Seid wie Amun, Priester Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen Also müssen wir jetzt ein Boot holen Komm, alter Mann Müsste ja eigentlich von hier aus ein Boot nehmen können Oder müssen wir ja noch da hinten Wollen wir mal gucken Hast du ein Boot gesehen, alter Mann? Nein Zierwoppen doch da unten Nehmen wir eins dieser Boote Das wird reichen müssen Sieht stabil genug aus Ich gehe zu einem Tempel beim Pharos Die nehmen mich auf Hoffe ich Vielleicht stimmt es, was man sagt Alexandria ist eine Stadt voller Lügner Ich kenne auch ein, zwei nette Menschen In Alexandria, Priester Manchmal reicht es schon zu wissen Dass nicht jeder bereit ist Für ein paar Drachmen zu töten Das stimmt Ich glaube ich muss hier Oh, scheiße Wir nähern uns dem Arsenal Das für all das Übel verantwortlich ist Sie werden wachsam sein Dann haltet euch bereit Sie verfolgen uns mit Piloten Anscheinend wollen sie für die anderen Fliege Ein Exempel an euch statuieren Es war doch nur Nahrung Das Volk war am Verhungern Die Forsen Alter, was macht denn her? Was macht denn her? Jetzt kommen wir wieder hier drauf. Geht der erst mal schwimmen? Ist klar, macht man immer so, wenn man angegriffen wird. Man geht erst mal schwimmen. Der Leuchtturm von Alexandria. Was für ein krasses Bauwerk. Möge sich euer Glück vervielfachen. Hier trennen sich unsere Wege, Magi. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden, Lysander. Du auch, Magi. Bayek. Vielen Dank. Na ja. Und wir haben ein.